Mein Name ist Patrick Berten. Ich komme aus dem Brettigau aus der Schweiz. Ich mache Skitourenrennen im Winter und im Sommer trainiere ich mit Laufen, Biken und Rollski. Ich gehöre zum Schweizer Alpenklub. Ich bin Arneliet, neben Patrick. Ich bin auch Mitglied im Schweizer Alpenklub. In der Nationalmannschaft Skitourenrennen. Egal ob es regnet, egal ob es schneit, wir sind immer von draussen und trainierend. Der Reiz an unserer Sportart ist, einen Gipfel zu besteigen und den Gipfel immer geschwinder zu machen. Und an das körperliche Limit zu gehen. In diesem Wetter sind wir auch von draussen. Wir versuchen, die Zeit zu drücken, die wir brauchen, um auf einen Gipfel aufzukommen. Um das Limit zu pushen bei jedem Wetter ist es sicher wichtig, dass man gute und funktionelle Kleider hat. Es gibt ein Sprichwort, wo wir erkennen, dass es kein schlechtes Wetter gibt, nur schlechte Kleider. Da sind die Seite, unter dem Clubs schildern mit der Wetter zum Metallischung. Wir sehen uns die Zdecken bei Gipfel. Wir sehen uns die Gewerste wieder.